Also gut, Aushilfstrainerin. Um eins mal klarzustellen, ich bin die Europameisterin. Ich bin die Nummer 1 im Kader und ich werde auf gar keinen Fall Trainingszeiten abgeben. Und wenn du glaubst... Ich wollte dich fragen, ob du mit mehr Essen gehen willst. Der Voice is velvet through a telephone. You can come to mind, but both my roommates are home. Think I know about where they would leave us alone. And I wonder if you'd take it slow. Oh, we're dancing in my living room. And off come my fist. Genau so viel wie ihre Begleitung. And I say I'm only playing, but the truth is this. And I've never seen a mouth that I would kill two kids. And I'm terrified, but I can't resist. And I say beautiful stranger here you are in my arms and I know the beautiful strange that they come along to do me wrong and I hope beautiful stranger here you are in my arms but I think it's finally 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 safe. Na, sag mal. Willst du auch nach Hause gehen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.